hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde von looking for aliens und wir looken auch für john oder gucken nach john wie auch immer und den renntypen so was war hier ist das ein pilz auf seinem kopf nein das sieht nicht so aus okay wir haben hier irgendwo eine pilzgegend gehabt hier das soll aussehen wie dieses bommel ding so eine tonne die wir nicht geöffnet haben und auch noch lüfter ich glaube nach dem letzten ah hier oben guck mal ich wollte sagen nach dem letzten level mit den ganzen lüftern haben sie wohl genug davon so was haben wir hier dieses teil wurde an der falschen u-bahn station geliefert was sind denn hier u-bahn stationen die fließen alle hier in die richtung aber das sind ja alles separate autos sage ich jetzt mal die dinge hier die sind das strombahn station okay dann haben wir hier eine ihr geht hier lang ihr seine hier hier oha ist gerade ein schorn runtergefallen wo ist er hin ist das unser letzter schorn gewesen den wir brauchen wo ist er hin oder ist er jetzt einfach so aus dem bild gefallen wir müssen trotzdem noch einen finden und nein das sind uns trotzdem erstmal gerade hier im bild suchen also von dort wo er angefangen hat runter zu fallen bis hier unten wo wir jetzt gerade sind hier sind bienenmänner und so drin er könnte ja auch nicht ins haus fallen hätte er durch die scheibe fallen müssen oder muss er theoretisch irgendwo draußen sein und dann haben wir noch ein paar tonnen noch nicht geöffnet aber macht leider keinen unterschied nicht dass er auf einmal auf einem raumschiff oder so drauf ist na das glaube ich irgendwie halt nicht aber er ist hier sonst doch nirgendwo ich glaube der war jetzt nur für das verkleinern quasi dass sie den hier runter geschmissen haben nicht dass er wirklich da ist und ich habe gedacht das ist unser letzter quasi ah schön sonst brauchen wir aber noch den sportler ne ähm genau so er kann ist er das hier okay wir haben alle gefunden alle objekte in level 24 ich glaube da kommt jetzt schon level 25 oder wir beginnen unser abenteuer in professor tuff's labor wo er sich auf seine live sendung vorbereitet unsere galaxie hat die schonapokalypse überlebt jetzt müssen wir alles wieder aufbauen und stärker werden als zuvor die schonapokalypse ich bin zu alt für sowas meine alten vorfahren haben einen mechanismus für situationen wie diese geschaffen es ist zeit eine chance zu versammeln unglaublich unser alter freund john ist jetzt ein außerirdischer fernsehstar bist du sicher dass du keine neue show entwickeln willst nein professor tuff starte den wagen es ist an der zeit dieses ungeheuer dorthin zurück zu schicken wo es herkommt oha okay wir müssen fünf mützen wartet mal erstmal die karte angucken die sind hier alle drin hier unten glitzert was hier ist das die karte ich hoffe wir haben alle zufällig immer gefunden wir brauchen rohrteile und diese knöpfe müssen wir aktivieren okay dann schauen wir uns mal um ähm so jetzt haben wir eine schornsuppe hier haben wir schon eine mütze na gut hier ist eine sicherung machen wir wieder alles an was wir finden können sonst ist hier nix weiter ne gut dann hier die nicht beiseite nix dahinter den haben wir schon kaputt gemacht den holen wir mal raus die ist noch eine drin okay habe ich gerade verschoben hier der nutzt uns auch nichts was auch immer er hat oh wieder andere mit so und dann brauchen wir noch eine das bewegt sich hier nicht na noch nicht zumindest das macht es bestimmt wenn die alle aktiv sind muss ich hier was machen ne äh hier ist ein knöppel okay der ist richtig ja der war richtig okay muss ich erst hier was aktivieren ach die chance werden dann da bestimmt rein weitergeleitet und dann in die rakete gestopft und weggeschossen oder denke ich zumindest okay gut dann haben wir hier glaube ich schon mal recht gut vorbereitet wir brauchen aber noch eine vier kriegen wir die her hier ist noch eine mütze ansonsten sieht es glaube ich ganz gut aus aber die geht noch nicht weil noch eine fehlt da das kann man das kann man nicht haben wo könnte diese letzte jetzt schon wieder sein einfach nur patschige blumen hier ist noch eine mütze habe ich gar nicht gesehen beim hoch machen zwei mützen brauchen wir noch hier wird vielleicht ein paar leute verschieben oder so hier ist ein tisch hier geht ja auch nicht auf aber warum geht das noch ach wegen der fuse bestimmt um ne hier brauchen wir noch mehr knöpfe aber ich denke dass knöpfe hier drunter versteckt sein werden was habe ich da gerade gefunden ich glaube da war eine mütze dahinter kann das sein hier ist so eine hälfte vom bild versteckt wo war das wieder zurück so jetzt richtig eine mütze eine mütze brauchen wir noch aber wir brauchen vorher noch eine tschüss sagt mal leute wo ist denn die okay die kann ja auch nicht mehr bewegen gibt es doch nicht war beim letzten mal genauso dass mir doch diese eine fuse fährt dann machen wir das hier mal ganz auf und kaputt da ist nix drin die kann man nicht verschieben der sessel nicht die couch nicht der typ nicht kann man nicht schieben er hier hier ist eine dahinter ach gott jetzt haben wir sie so knapp drücken die chance werden wir zusammengefügt zu einem kompressten john dann drücken wir dieses knöpfchen wir drücken dieses knöpfchen langer weg nach hause uns fehlt immer noch eine mütze die will ich natürlich noch haben wo ist die wer hat die von euch komm die map ist sehr klein das muss machbar sein ich habe gedacht dahinter wisse hier dahinter das habe ich erst rausgeholt da kann es eigentlich nicht sein diesem ding auch nicht das hatten wir ja schon hier mehr jetzt 2 4 9 11 das ist keine mütze das mal wieder zu dass nichts drin hier das ist nix wie schon probiert hier hinter denen habe ich schon gedrückt er hat die auch nicht machen wir sie bis ich habe es anscheinend gefunden dort hinten war sie wohl heute leute wir haben alles zusammen auge im himmel holt ihr alle sammlerstücke in allen devils sehr cool das war es schon ich habe gedacht wir kriegen jetzt einen spektakulären abspann oder irgendwie sowas aber vielleicht sind die credits vorbei sind vielleicht sehen wir dann wenigstens noch wie schon wieder auf der erde ankommt oder sowas das wäre natürlich voll süß als ende ok ja wir sehen es tatsächlich geht jetzt einfach nach hause was mit der kapsel kann er nicht sagen zu den ganzen behörden und leuten die ihm nicht glauben dass er mit dieser kapsel angeflogen kann von den aliens oder so wahrscheinlich nicht naja während wir das ganze hier angucken kommen wir mal zur bewertung von dem spiel grafisch fand ich super süß gemacht dieser comic-hafte stil kann ich mich überhaupt nicht beschweren fand ich super niedlich mag ich war auch sehr interessant diese diese farbliche eingeschränktheit zu sehen sag ich mal ich meine hier auf dem bildschirm wie viele farben sind das 456 ich weiß gar nicht genau war aber ein sehr schönes farbliches zusammenspiel hat mir auch sehr viel spaß gemacht das haben ja dafür schon zu kreieren ich habe die ersten zehn folgen habe ich glaube ich ja schon erzählt irgendwann im märz oder so aufgenommen und jetzt sind die restlichen die jetzt noch gekommen sind ich weiß gar nicht wie viele es insgesamt sind 16 17 oder so weiß ich nicht genau und wir haben anscheinend alles oder wartet mal ja cool und wir uns mal die errungenschaften dann sammeln alle sammeln kasse bis schon das haben wir anscheinend nicht wuff und hier galakte verdiene jede errungenschaft wie viele sammelkarten fehlen uns denn level 48 ansonsten haben wir alle können wir die jetzt einfach so wie wie bei wartet mal level 4 lass mal rein gucken gehen das überspringen wir wissen ja jetzt dass es dort ist wo es so ein bisschen blinkert na das ist auch ein sehr kleines level wo blinkert es hier denn hier unten blinkert es ist vielleicht gar nicht in seinem traum aber es blinkert doch hier ja hier oder okay dann haben wir die vier jetzt auch noch schnell rangeholt dann raus mit uns ach so wartet dann gehen wir ins menü zurück und sagen level 8 war das andere ja das bestimmt auch ein kleines level wenn dort nur zwei sind äh ach da yay und schon haben wir alle errungenschaften und sind sehr sehr glücklich also falls ihr das spiel auch spielen wollt oder gerade irgendwo hängt dann habt ihr jetzt auch noch gesehen wie man alle errungenschaften bekommt bei dem spiel sehr sehr cool ähm da hatte ich wahrscheinlich in den anfangs level noch überhaupt nicht so das augenmerk darauf irgendwie gehabt und habe es einfach komplett übersehen keine ahnung was es war auf jeden fall haben wir jetzt alle errungenschaften bin ich sehr sehr stolz drauf ich stehe da drauf für alle errungenschaften zu sammeln ähm vom schwierigkeitsgrad des spiels her ich muss sagen es war sehr angenehm dass es so achterbahn mäßig war also dass es so easy level gab wo man wie hier so wenig sachen sammeln musste wie hier vier zwei vier fünf und so weiter und dann am ende wurde es halt schon sehr sehr knackig hier in den höheren level wo man dann plötzlich 30 chance irgendwo aus den lüftungsanlagen zerren musste und solche sachen ähm man muss auch sagen oder ich muss auch sagen vielleicht geht es anderen ja nicht so wie mir das mit der zeit die augen quasi auch ermüden dass es halt immer schwieriger wird wenn man das lange am stück spielt die verschiedenen sachen zu finden weil die gedanken auch so abschweifen und sowas wenn man immer nur ein level pro tag oder so hat ist das bestimmt ähm leichter zu spielen aber ich muss sagen es war halt auch sehr spaßig und packend weil zum einen dachte also ich zumindest mir wenn ich jetzt aufhöre und ich fange morgen halt dann erst wieder an mit weiterspielen oder so dann fange ich ja wieder von vorn an mit gucken und jetzt weiß ich schon welche gebiete habe ich abgeschaut jetzt weiß ich schon ungefähr was wo liegt und so weiter jetzt will ich auch finden wo der verdammte letzte sich rumtreibt ähm was die beschreibungen der verschiedenen äh szenerien wo die sich verstecken angeht vielleicht habe ich den joke manchmal nicht ganz geschnallt dahinter oder die anspielung manchmal fand ich es schwierig manchmal fand ich es sehr gut beschrieben die tipps wo die leute sich befinden was ich vielleicht noch noch einbauen würde aber vielleicht ist es auch nur die faulheit die aus mir spricht ist so eine kleine hotspot taste oder so eine so eine hint taste so eine kleine hinweis sache wo vielleicht ähm ein zweiter tipp freigeschaltet wird oder so ein bisschen in die richtung gezeigt wird was weiß ich nordwest da befindet da sich oder irgendwie sowas wisst ihr wie ich meine das wenn man wirklich krass am verzweifeln ist ähm manchmal musste ich halt wirklich furchtbar lange suchen in den pausen ähm damit wenn ich dann wiederkomme aus der pause vielleicht ein bisschen leichter vorankomme wo ich dann halt gesagt habe von wegen ah ich hab den hier unten das alien in der in diesem shop falls ihr euch noch dran erinnert ne in der stadt wo der t-rex da angekommen ist da habe ich halt wirklich sehr sehr lange gesucht bis ich das wiedergefunden habe ähm da hätte ich mir halt wie schon gesagt gewünscht dass es irgendwie einen kleineren hint dazu gibt dass man ja sachen wenn man wirklich verzweifelt das besser findet aber okay ihr seht ja wir haben es trotzdem geschafft auch ohne meine wünsche dass sie verwirklicht wurden ich fand es ist ein super süßes spiel ich habe das damals auf steam irgendwo wann mal erworben ich habe keine ahnung wann was ich aber gesehen habe falls ihr prime kunde seid und twitch gleichzeitig mit prime verbunden habt da gibt es das spiel geschenkt momentan oder im letzten monat ich weiß es nicht ganz genau schaut auf jeden fall mal rein es lohnt sich generell das mal zu kombinieren das klingt voll als wäre ich bezahlt davor oder sonst irgendwie was ich wollte es halt nur sagen weil dieses spiel bei den geschenken dabei war und ich habe mich halt super drüber gefreut wie auch immer so leute dann würde ich sagen kümmere ich mich jetzt um den schnitt und die einplanung von diesem let's play und muss dann mal schauen was wir als nächstes machen ich hätte ja schon bock auf wieder was wimmelbildig ist aber etwas was nicht so krass wimmelbildig ist wie das hier vielleicht so ein bisschen ich wollte sagen wie diese serie die gronk damals gespielt hat aber ich weiß leider nicht mehr wie die hieß diese wimmelbildserie mal gucken was ich so finde und was ich in meinem repertoire habe und doch was ich so lust habe seid einfach gespannt wir sehen übermorgen wieder ganz so spaß hier weitergeht also erst mal vielen dank fürs zuschauen dass ihr dabei gewesen seid dass ihr vielleicht mitgefiebert habt tipps gegeben habt dass ihr mir gesagt habt wie blind ich bin wahrscheinlich weil ihr die sachen viel eher gefunden habt als ich alles alles möglich dann würde ich sagen wenn ihr euch nicht zu sehr geärgert habt darüber sehen wir uns übermorgen im nächsten let's play wieder passt auf und ich gehe jetzt auch gleich pizza essen bis dann